Ist dir aufgefallen, dass ich dich wieder dranbekommen habe? Was? Wie meinst du das jetzt? Fake News. Was denn? Ich habe doch nichts Versautes gesagt. Wir kennen sowas wie Mädchen nicht, deswegen rasten wir mal aus, wenn wir da... Wir haben auch Mädels hier, nur nicht so viele. Peitchen, yay. Döner? Möchtest du auch? Soll ich dir auch Benehmen beibringen? Warte mal, Shadow, was meinst du jetzt aber? Da stand abbrüßt... nicht ab... Hm. Shadow, ich hasse dich. Ich hasse dich. Das ist jetzt schon das zweite Mal, dass du mich jetzt innerhalb von ein paar Tagen drangekriegt hast. Die versuchen immer mit Bürste, Brüsten, mich zu verwirren und schaffen das leider immer, weil ich immer das Gegenteil dann vorlese. Ich bin auch ein Mädchen. Shadow. Nein, das bist du nicht. Hallo, wer bist du denn? Charles? It's me, Mario! Hi. Wir sind behaart auf der Brust. Kinder braucht die Popohaumaschine. Ja, ich muss sie einstellen, dass sie ihn noch auf doller haut. Herr Kila wird geschlagen und du willst mir die Finger abschneiden? Bei Kila werden seine Po-Backen abfallen. Dann kann er nicht mehr sitzen. Das ist auch Strafe. Ich weiß halt, wie man das macht, dass man sich verliest. Weil mir das auch schon so oft passiert, ne? Okay. Er kennt die Männer, er hat ihnen auf die Theke geschissen. Hi! Was ist falsch mit dir, du Schwein? Also legt euch nicht mit dem an, der kackt euch auf den Tisch. Du magst die Dame, ja, mhm. Du hast du leiser, ähm, lauf hier nah. Frauen wollen erobert werden. Wow. Kila hat heute den Clown gegessen. Könnte Killer sein. Mh, mhm. Was ist mit meinen Finger? Nein, die behältst du. Keine Sorge. So böse bin ich jetzt auch nicht. Ich finde die Aufgabe jetzt schon lustig. Was ist das? Oh, Pukki! Oh. Oh. Oh, es ist nichts. Ich dachte, ich kenne ihn. Wow. Please do not do that again. Okay, move him. Come on. Wow. Fake-Knutschen hier. Ich stelle mir das so unbequem vor. Anywhere you want, Mon Amie. Oh. Oh, mein Gott. Oh. Fällt er halt auch gar nicht auf, dass er einen Bart hat, ne? Ich feiere den Typen gerade. Ich auch. Das ist... Ich finde die Mission gerade lustig. Tikenscheiße. Killer, ich nenne dich jetzt auch Tekenscheiße. Sorry, mein Humor ist ein wenig makaber. Ein wenig. Ein wenig. Okay. Man gewöhnt sich an Killers Humor. Der meint es gar nicht so. Er hat nur einen an der Klatsche. Genau wie wir alle. Aber wir sind alle lieb. Glaube ich. Ich hoffe, wir kommen lieb rüber. Moralizer, wow. Nur weil wir gestern in ein Lokal gegangen sind, wo ich rückwärts wieder raus bin. Mhm. Sag doch, dass ich Spaka bin. Nein. Wirst du nicht. Hatt ich auch nie gesagt. Für die, die nicht wissen, was Spaka ist. Spaka heißt auf Japanisch Idiot. Oh, mein Hut. Ihr habt meinen Hut runtergeschlagen. Und der hat ein Messer. Hier, deinen Hut habe ich jetzt auch runtergehauen. Bleib liegen. Du willst meine beharrte Freundin? Wie kriegst du dich? Das klang falsch. So beseitigt man Leichen. Gut. Nein, das ist der falsche Hut. Killa hat das Persönchen, glaube ich, schon vergrault. Ja, so kann man Menschen vergraulen. Das stimmt. Das stimmt. Toll, ich werde jetzt gesucht. Kann ich, ich kann bestimmt schwimmen. Okay, ich gehe mich selber hauen. So, ich muss jetzt mal kurz aufhören. Hallo, Junge. Mir geht es ganz okay. Wie geht es dir? Immer wenn ich den Leuten hier helfe, bekomme ich dann die Arschkarte. Bestimmt, bestimmt bekomme ich jetzt wieder noch mehr Kopfgeld. Das war kacke. Kann ich im Wasser eigentlich essen? Geht nicht, okay. Weil meine Energie ist total im Eimer. Vielleicht kann ich ertrinken. Das wäre übel. Nein, 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 nein. Man kann ertrinken? Man kann hier echt ersaufen? Wie krass ist das denn? Ich gehe nie wieder schwimmen. Du bist gestor- Ja, bin ich. Ich wusste nicht, dass man hier ertrinken kann. Jetzt habe ich 100 Kopfgeld. 100 Dollar. Alter. 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 Na super, Liz. Dafür kann ich doch nichts. Ich wusste wirklich nicht, dass man ertrinken kann. Ich muss niesen. Wartet mal. Oder auch nicht. Aber ich habe die Aufgabe abgeschlossen, oder? Ich müsste eigentlich mein Kopfgeld bezahlen. Aber ich bin... Ich werde langsam geizig hier. Jetzt weiß... Ja. Finde ich eigentlich gut, dass man das so erfahren kann. Durch ein paar Nebenaufgaben. Sonst hätte ich das, glaube ich, nie... Nie herausgefunden. Ein Flussdämpfer? Was? Was? Muss ich ihn? Sie Teufel? Oh. Er hat meine wahre Identität herausgefunden. Liz lernt zu ertrinken. Ja. So etwas habe ich halt noch nie wirklich erlebt. Im Spiel. Also ich kann mich nicht daran erinnern, dass ich irgendwo ertrinken konnte. Aber finde ich gut zu wissen. Jetzt meide ich das Wasser noch mehr. Und das ist sehr stürmisch. Alter, wie gut das aussieht mit den Wolken. Das sieht echt gut aus. Sorry, Überschriften kann ich nicht. Hast du den Clip gemacht? Achso, ja. Steht von Jungen. Ist doch nicht schlimm. Ich weiß ja, was du meinst. Ab Dienstag habt ihr ja dann mal Ruhe vor... Achso, da kommt er. Wow, okay. Ich finde das jetzt hier gerade sehr ungemütlich. Das ist gerade sehr ungemütlich. Dann vergraule ich niemanden mehr. Ich glaube jetzt nicht, dass du jemanden vergraut hast. Wir wissen nur, dass du Spaß machst. Also, ja okay, die neuen nicht, aber... Da ist mein Bogen. Aber ich versuche mal, das Vieh zu fangen. Komm. Wenn es mich jetzt tötet... Das ist kein Fail. Was kann ich dir... Oh nein. Ist es vorbei? Okay. Oh, ist das mies. Ich kann die auch so töten. Hallo, Silatio. Boah, der quietscht aber schön. Das ist nicht schön. Ich wollte jetzt nicht sehen, wie er das Messer in den Kopf reinrammt. Oder wo auch immer. Ich habe das nicht gesehen. Wollte ich auch nicht. In den Hals. Echt? Ich hätte den Kopf. Oh, dein Herz. Also im Spiel jetzt. Oh nein, was ist mit dir? Ich bin Doktor. Wo ist mein Pferd? Ja, okay. Mein Pferd ist abgehauen. Komm, ich helfe dir. Die Stadt ist ja zum Glück gleich hier. Dann kann ich den vielleicht retten. Okay. Ah, ja, ich kann mir vorstellen, dass das jetzt wehtut beim Reiten. Wow, wow, okay. Wir sagen jetzt nichts dazu. Nicht sterben. Du wirst es schaffen. Du wirst es schaffen. Du wirst es schaffen. Kurzes Heile zurück, Marky. Wie geht's dir? Nein! Du wirst nicht sterben. Hör auf damit. Wir müssen aufpassen, dass ich hier niemanden anrempel. Ich hoffe, der Arzt kann ihm helfen. Ich hoffe, der Arzt kann ihm helfen. Ja, ich komme schon. Arthur, du musst schneller laufen. Ich kann gerade nicht rennen. Oh nein, was macht er jetzt mit... Da liegt eine Säge! Nein! Nein, 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 bitte, er sägt... Ich habe das Gefühl, ihr wollt ihm gleich den Arm absägen. Das sieht nämlich nicht gut aus. Ich würde schon... Ich würde sich das Gefühl, der Röse schmerzen. Aber sonst alles blöde Maßnahmen morgen... Ja, was hast du gesagt? Auch zum letzten Mal und durch eine Stunde nachzumlerweile. Und in eine Stunde dann noch zum... Dann drücke ich dir die Daumen, dass es mit den Rückenschmerzen besser wird, auch wenn, ja, Zeitung austragen ist halt. Da kann nichts besser werden, glaube ich. Nein! Nein! Oh, fuck. Zum Glück habe ich noch nichts gegessen. Winter ist kommend. Alter, einfach den Müll einmal werfen. Lebt er überhaupt noch? Aber woher weiß er das? Mir fehlt jetzt ein bisschen, dass das Blut da rausläuft. Alter! Ja, mhm. Ich weiß nicht, ob der lebt. Ich habe den jetzt nicht atmen gesehen. Vor allen Dingen, diese Spritze hat sehr schnell gewirkt. Wahrscheinlich war es die Todesspritze. Ah, jetzt weiß ich, warum ich keine Emotes mehr habe. Ist ja alles ausgedrückt. Ach so, darum steht da nur... Ach so. Ich habe mich gerade gewundert, warum sehe ich das, äh, das Emote nicht. Erstmal resubben. Mach das. Ich finde die Emotes, äh, ich überlege mir auch, ob ich die mir öfter hole. Ich nutze sie sehr, sehr gerne und sehr oft sogar. Voll schlimm. So, was wollte ich gerade machen? Wartet. Ähm... Stimmt, die Aufgabe. Okay. Kannst du nochmal zurück und den Arm mitnehmen? Was soll ich damit, Döner? Einen Cracker-Rind. Okay. Okay, ich habe das mit den Emotes ange... Ja, hast du. Hast du. Ist aber nichts, äh, nichts Schlimmes oder so. Ich finde die, äh, Emotes richtig gut. Und das macht echt mega Spaß, sie zu nutzen. Egal, wo ich, äh, welchen Chat ich bin. Macht echt Spaß. Hm? Spoiler? Was ist halt passiert? Weiß ich es nicht. So kommt man in kein Chat, das ist bei den meisten... Kommt das nicht gut? Ich habe das überlesen, ging zu schnell. Ja, okay, wenn, wenn man wirklich das Ende spoilern will, dann weg, weil sowas, sowas hasse ich. Und das hasst jeder. Der Blick sagt alles. Ich gucke mir die Clips dann später an. Ich mach das mal ab. Das tut nämlich hinter dem, hinter dem, hinter den Ohren weh. Ich dachte auf alle Nachrichten. Heute nur einen Mangel geschafft. Besser als gar keiner. Oh, Nitscham. Sicher, bevor du den... Ach so, oh, das ist... Oh ja. Ich kann mir schon vorstellen, wie ich geschaut habe. Ist im Sumpf nach Allig... Nein! Nicht diese Aufgabe! Ach nö, nicht mit Alligatoren. Das hatten wir am Freitag. Ich weiß jetzt, was am Ende passiert, finde ich jetzt scheiß, aber egal. Ja, ist halt asozial sowas. Und wieso ist man mit dem Spiel schon fertig? Ich bin aber noch voll weit am Anfang, glaube ich. Ja, warte doch mal. Das ist nicht hier so einfach. Das Boot ist irgendwie nicht so... Ähm... Du willst uns jetzt nicht angreifen, oder? Du willst uns jetzt nicht angreifen! Du bist lieb. Der will uns angreifen. Oh nein. Ja, jetzt kannst du ein Foto machen. Er will uns ja töten. Super, gut gemacht. Oh nein! Tschüss! War nett, dich gekannt zu haben. Hallo, Selina. Wie geht's dir? Wie geht's dir? Alligatoren sind Hans, du brauchst du ne... Ich hab... Ich hatte dieses Video gesehen. Wow. Das war einfach krass. Die Katze einfach so... Klatscht dem Vieh ein. Das war richtig krass. Immer noch der Letzte. Please, nah, schnappi is back. Leider. Leider. Und ich hab die ganze Zeit Angst, dass jetzt hier irgendein Vieh uns runterzieht. Müssen wir Brot backen, ist das Keynes mehr da. Wer macht das? Das ist so witzig. Ja, fand ich auch witzig. Ich hab mir das, glaub ich, zweimal angeschaut. Das ist so witzig. Ja, das ist so witzig. Ja, das ist so witzig. Ja, das ist so witzig. Oh, nein, er ist weg. Ah! Können Sie das Boot einfach da, 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 da? Auf der Isle? Ja. Ja. Du gehst jetzt nicht... Ich soll's jetzt rauslocken. Aaand. Genau. Really? Mir geht's gut. Selbstmord. Fast. Irgendwie bin ich immer das Versuchskönnigchen. Das gefällt mir nicht so. Pommes für Liz. Hab keine. No, hab keine Pommes. Platz 10 ist mein alter Name. Ja, du müsstest höchstens irgendjemanden überholen, der vor dir ist. Das wird nur ein bisschen schwierig. Glaub ich. Außer jemand ist eine ganze Zeit, eine ganze Weile nicht da. Dann rutschen ja die Plätze immer weiter. Aber es sind halt nur... Es ist nur zum Spaß. Das ist jetzt nicht so... Dass das irgendwas wert wäre. Also... Darauf kommt es jetzt nicht an, Musgrim. Nächstes Ziel, Platz 2. Wow. Das wäre jetzt krass, wenn er jetzt gefressen wird. Das wäre krass, wenn er jetzt gefressen wird. Mal sehen, was er noch für schöne Aufgaben für uns hat. Also... Das wäre dann... Das ist schuss. Vielen Dank.